Ähm, ich will nicht aufdringlich sein, aber darf ich dich was fragen? Wie kommst du hier runter in unsere Welt? Ich hab ihn nicht verstanden. Vielleicht können wir das auch gar nicht. Hä? Hä? Vielleicht ist der Fremde, der aus dem Geheimnisvollen oben zu uns runtergefallen ist, der große Weiße. Was? Der große Weiße? Das könnt ihr voll vergessen. Überleg mal, woher er gekommen ist. Es gibt ein geheimnisvolles Land. Hör doch auf! Ein Ort, an dem wir niemals waren. Es heißt, wir werden es erfahren, wenn der Weise kommt. Das geheimnisvolle Obert liegt ganz hoch. Das ist das Land, aus dem er herkommt. Das ist doch wirklich kaum zu glauben. Das soll der Weise sein. Er lächelt und wie groß er ist. Das ist der große Weise. Er hat Augen, die man nie vergisst. Ja, und er ist ganz leise. Es gibt ein geheimnisvolles Land. Geheimnisvoller Obert. Ein Augenblick, der nie vergeht. Großer Weiser, zeig uns doch den Weg. Komm, gib uns deine Hand. Aus dem geheimnisvollen Land. Wie toll, da oben ist es wundervoll. Ich glaube, er ist wirklich der große Weise. Untertitelung des ZDF, 2020 Moin, gib uns die Hand. Oh, nur die Hand. Komm, gib uns die Hand. Komm, gib uns die Hand.